Benutz deine Fantasie. Du kannst alles erschaffen. Wo ist das Essen? Die versprochenen Betten? Die Schulbücher? Du sollst zu einem Treffen nach New York kommen. Sie wollen uns Millionen von Dollar spenden. Ohne einen Koffer voll Geld komme ich nicht wieder. Sie müssen Isabel sein. Ja, ich bin Theresa. Freut mich wirklich sehr. Wir haben eine Liste von Prioritäten. Ich habe den Partyservice dran. Bitte entschuldigen Sie, ich habe gerade wahnsinnig viel um die Ohren. Meine Tochter heiratet am Wochenende. Kommen Sie zur Hochzeit, dann lernen wir uns besser kennen. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Herzlichen Glückwunsch. Gleich im Wissen. Tschüss. Hi, schön, dass Sie gekommen sind. Isabel leitet ein Waisenhaus in Indien, das ich unterstützen will. Oh. Ja. Was willst du hier? Ich hatte keine Ahnung. Hi. Isabel, richtig? Ich sagte, ich rufe dich an. Hast du aber nicht. War es komisch, Oscar wiederzusehen? Er sieht jetzt noch gut aus, aber damals muss er umwerfend gewesen sein. Ich werde das Waisenhaus, das Isabel in Indien leitet, mit einem kleinen Vermögen unterstützen. Ich traue deiner Frau nicht. Sie gibt dir Geld für dein Waisenhaus und du stellst ihre Integrität in Frage, ja? 20 Millionen. Was will sie? Du bist nicht die Einzige, die davon betroffen ist. Wir können es uns nicht aussuchen. Sag es ihr, sonst mache ich es. Ich will alles wissen. Was hast du getan? Oder wasst du hier? Oder wasst du? Oder wasst du? Oder wasst du?